Willkommen auf dem Kanal, die richtige Wahl! In diesem Video werde ich über den Eufy RoboVac G10 Hybrid-Saugroboter sprechen. Wenn Sie auf der Suche nach günstigen Preisen für dieses Produkt sind, benutzen Sie bitte die Links in der Beschreibung unter dem Video. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefällt. Teilen Sie Ihre Meinung gerne im Kommentarbereich mit. Ich empfehle Ihnen auch, unseren Kanal zu abonnieren, um über neue Produkte in der Welt der Gadgets und Elektronik auf dem Laufenden zu bleiben. Los geht's! Smart Dynamic Navigation. Fortschrittliche Navigationstechnologie garantiert doppelte Effizienz sowie doppelt so schnelle Reinigungen im Vergleich zu Standardsaugrobotern. Vielseitiger Helfer. Der leistungsstarke Staubsauger in Kombination mit dem integrierten Wischmob kümmern sich um jede Art von Verschmutzung, egal ob Staub, Krümel oder Flüssigkeiten. Hinweis, dieser RoboVac ist speziell für die Reinigung von Hartböden geeignet. Absolut selbstständig. Dank der Eufy Home-App, Amazon Alexa und Google Assistant funktioniert der Hausputz ab jetzt ganz simpel per Sprachbefehl. Stark, smart, sauber. Enorme 2000-PA-Saugleistungen sorgen für absolute Reinheit, während das schlanke Design sicherstellt, dass RoboVac definitiv in allen Ecken und unter Möbelstücken reinigt. Mit dabei? Ein RoboVac G10 Hybrid, eine Ladestation, ein Netzteil, ein Reinigungswerkzeug, ein Wasserbehälter, ein Wischmodul mit zwei waschbaren Wischtüchern, eine wasserdichte Unterlage, zusätzliches Filterzubehör viermal, ein zusätzliches Set mit Unibody-Filter, vier Seitenbürsten, fünf Kabelbinder, eine Gebrauchsanleitung sowie zwölf Monate Herstellergarantie. Smarte dynamische Navigation. Jetzt noch viel schneller. Im Vergleich zu einem Standard-Roboter-Sauger dauert eine Reinigung nur halb so lang. Hybrid ist 2-in-1 Saugen und Wischen. Kombinieren Sie Saugen und Wischen für eine gründlichere Reinigung, die Ihre Böden funkeln lässt. Ultraschlankes Design. Das extrem flache Design mit nur 7,2 Zentimetern Höhe gleitet mühelos unter Möbel und in schwer zugängliche Bereiche. Kinderleichte Instandhaltung. Der praktische waschbare Unibody-Filter ist mühelos ausspülbar und wieder einsetzbar. Super unkompliziert. RoboVac verwendet hochmoderne Sensortechnologien, damit erkennt und vermeidet er im Voraus Treppen, Stufen und Kanten. Smarte Lokalisierung. Präzises Abzielen lässt RoboVac nach dem Aufladen auf 80% automatisch an die richtige Stelle zurücknavigieren, um gewissenhaft weiterzureinigen. Mucksmäuschenstill. Der integrierte, bürstenlose Motor reduziert den Geräuschpegel auf nur 55 Dezibel. Das ist noch leiser als eine Standard-Mikrowelle. Haustiersicher. Der stabilen Anti-Kratzer-Oberfläche aus Hartblas passiert nichts, auch wenn Ihre Kleinen mal aufsteigen und mitfahren möchten. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Der Wassertank ist viel zu klein. Er nutzt nie länger als ein Viertel seines Akkus, bevor er hängen bleibt. Roboter reagiert nicht sofort über die App. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Der Geräuschpegel ist leise, die App ist ordentlich und klar strukturiert. Modern, schönes Design. Die Kombination Wischen und Saugen ist echt gelungen. Die tolle Saugwischleistung überzeugt. Das Gerät dreinigt dank der Navigationstechnologie gründlich. Preisleistung ist top. Aufbau geht einfach und schnell. Verbinden mit der App hat ziemlich leicht funktioniert. Damit ist unser Test des Euphi RoboVac G10 Hybrid-Saugroboter nun abgeschlossen. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie den aktuellen Preis wissen? Schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie sie in die Kommentare. Ich werde sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren. Ich bin schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Um es nicht zu verpassen, klicken Sie gerne auf die Glocke. Bis dahin!